Und zum einen, wenn wir hier, ähm, Lichtfunke, der Zauber kann, auf jeden Fall mal weg, denn ich will jetzt die Blitzheilung haben, die setze ich da hin. Erleuchtung, das ist, dass ich alles hell mache, die setze ich mal auf 5. Den Feuerbiss setze ich auf 2 und dann setze ich meine Waffe auf 3 und solange ich den Stab des Arcan habe, setze ich den auf 4, dann brauche ich nämlich den Bogen nicht. Solange der Stab noch Ladungen hat, brauche ich den Bogen nicht, weil der Stab ist auch deutlich stärker. Ja, wunderbar, das hat sich wirklich gelohnt, weil du so toll bist, gucke ich auch noch kurz in die Kapelle rein. Aber da ist natürlich kein Mensch, ich mag es, wenn es so flüssig ist, schade, dass es in der Außenwelt nicht so ist. Naja, gut, mal verschreien. Seine Feinde werden in den Feuern der Rechtschaffenheit brennen, unbarmherzig, bodenlos und für alle Ewigkeit. Die Götter, das Buch, glaube ich, habe ich hier schon mal gelesen. Apropos Bücher lesen, gibt es da eine schöne Statistik, wo steht, wie viele wir schon gelesen haben? Gelesene Bücher, 28, wir sind auf einem guten Weg. Verstrichende Tage 2, interessant für die Anzahl an Parts, die wir schon haben. Und ich glaube, damit haben wir Gilead dann auch komplett gesehen, ne? Ja, das ist schön. Das möchte ich eigentlich, glaube ich, mal meinen Zauber ausprobieren. Und zwar also, weil wir haben jetzt den Heilungszauber. Und jetzt mal sehen, wie viel er jetzt heilt. Vorher war es immer nur so ein ganz kleines Fetzen. Achtung, achtet, links unten und... Ja, das sieht gut aus. Das ist schon deutlich mehr. Verbraucht natürlich auch deutlich mehr Magi. Aber dafür geht es schneller. Weil der andere... Das ist halt scheiße, wenn du ewig brauchst, bist du mal wieder gesund bist, so ungefähr. So, wie sieht das mit dem Feuer aus? Mal eben hier kurz die Tür. Hat der jetzt einen Feuerball geschossen? Nicht, oder? Feuerschaden. Ach, an Berühren. Ah, okay. Das heißt, wir müssen da quasi am Feind dran sein. Naja, ist jetzt vorerst auch gar nicht mal so schlecht. Und jetzt bin ich sehr gespannt auf diesen Zauber hier. Den werde ich jetzt in einem Haus mal testen. Und zwar, ich weiß auch schon in welchem Haus. Nämlich in dem einen Haus, das hier überhaupt nicht beleuchtet war. Das war nämlich Iris. Genau, Satina. Das hier ist nicht wirklich beleuchtet. Und jetzt bin ich gespannt, was passiert, wenn wir Erhellung machen. Achtung. Äh. Ah, okay. Also es erhält nicht den Raum. Aber das hier zum Beispiel, das haben wir vorhin hier nicht hängen sehen. Ah, na gut. Es bringt schon... Das haben wir alles vorhin nicht gesehen hier. Das bringt schon ziemlich was. Und 60 Sekunden ist auch noch echt eine Zeit, mit der ich was anfangen kann. Uh, das macht dann irgendwann... Ah, sieh mal an, was wir alles finden jetzt, wo wir was sehen. Cool. Nicht schlecht. Und ich will das Hähnchen haben. Warum kann ich das Hähnchen nicht haben? Egal. Okay, das lohnt sich doch schon ziemlich. Und das Buch, was wir jetzt gerade bekommen haben, das werde ich auch gleich mal lesen. So. Jawohl, dann haben wir alles. Dann können wir uns eigentlich wieder mit einer Quest beschäftigen. Und zwar... Ja, die Mine können wir erst ab Stufe 10 machen. Das heißt, wir könnten jetzt Wurzelsuche machen. Das hatte ich eh als nächstes vor. Da gehen wir hier rüber. Aber ich überlege jetzt gerade, ob ich da einfach rüber marschiere oder ob ich untenrum gehe. Untenrum wäre zum einen, dass wir zum Beispiel hier bei der Baldur-Brücke jetzt in die Höhle gehen können. Die uns vorher... In der ich nicht reingehen wollte, weil es zu dunkel war. Und dann könnten wir den sicheren Weg hier nehmen und finden dann hier nebenbei vielleicht auch noch irgendeine Stadt oder irgendwas anderes Tolles. Ich glaube, das werde ich machen. Ich werde wohl untenrum gehen. Und werde mich deswegen auch gleich mal auf den Weg machen. Auf dem Weg sollte ja jetzt erstmal nichts mehr Größeres passieren. Weil wir diesen Weg hier schon gegangen sind. Jetzt wäre halt so ein Esel, der recht schnell ist, ganz praktisch gewesen. Das ist klar. Aber ich denke, es ist vielleicht ganz sinnvoll, wenn wir am Anfang noch ein bisschen zu Fuß unterwegs sind. Das verbessert ja auch unsere Athletik und Akrobatik. Oder nur Akrobatik. Und außerdem geht es ja doch schon relativ fix. Vor allem, wenn keine bösen Zauberer oder sonst irgendwas auf uns zukommen während dem Weg. Dann geht das schon. So, hier treffen wir wieder auf die reisenden Händler. Ich hoffe, die werden mir jetzt hier nicht nochmal das Geld abzwacken. Äh, die, die da hinten bei der Brücke Wache schieben. Oder, naja, Wache schieben in Anführungszeichen. Ja, okay, ich habe es ein bisschen unterschätzt. Das ist ja doch gar nicht so ums Eck gewesen. Aber da ist ihr komisches Ding. Und wer hält mich jetzt wieder auf? Gott sei Dank nicht. Weil diesmal hätte ich ihm kein Geld gegeben. Jetzt mit meinen neuen Zaubern fühle ich mich deutlich mächtiger. Und hätte er eventuell was dagegen unternommen. So, ich wechsle jetzt mal erstmal hier. Du bist hoffentlich nur ein Reisender. Ja. Und dann müssten wir jetzt gleich zu dieser Abzweigung kommen, die ich gemeint habe. Alte Grube? War das das? Wo ich nicht rein wollte in die alte Grube? Weil eigentlich wollte ich jetzt hier lang. Weil dann verzichte ich darauf und gehe halt jetzt lieber den Weg, den ich eh gehen wollte. Ähm. Gibt es da jetzt auch einen richtigen Weg? Moment mal, warum liegt hier in der Holz verlagst? Okay. Da sage ich jetzt mal nicht nein. Ich glaube, ich springe hier einfach mal runter. Weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ach ja, komm. No risk, no fun. Und. Hier sieht es aus, als wäre hier mal so ein kleiner, kleines Banditenlager gewesen. Auf jeden Fall habe ich jetzt einen Hammer. Aber irgendwie sieht es aus, als wäre hier keiner mehr. Was ich aber jetzt mal machen kann, ist mal ganz kurz Licht. Naja. Es erhellt, wie gesagt, nur das, wo wir hingehen. Aber das ist mir eigentlich schon genug. Das wird zumindest sowas hier sehen. Der Genesungstrank zum Beispiel, der hier einfach rumliegt. Oder das hier. Gut, das hätten wir auch so gesehen zugegeben, aber egal. Hm, keine Krabben, kein gar nichts. Oh, doch, da. So, jetzt, guck mal. Hallo, Krabbe. Wumms. 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 Da, geht doch schon deutlich schneller, als wenn ich den mühselig mit meiner Waffe, äh, umhau. Ja, das ist mir sympathisch. Mana-Kosten halten sich auch in Grenzen. Ja, das gefällt mir gut. Und dann wird sich nämlich meine Intelligenz beim nächsten Level-Up auch mal um ein Vielfaches steigern. Und jetzt will ich aber trotzdem zurück auf den Weg gehen. Ach ja, schön, wenn es nicht immer so Performance-Einbrüche geben wird, die im Übrigen echt am Spiel liegen. Also, da kann man nichts dagegen machen. Oh, ein Berglöwe. Ich trau mich einfach mal gegen ihn. Ein Gipfeljäger. Oh, mit diesem Feuerzauber bin ich um so viel mächtiger. Das ist gut. Ich trau mich auch gleich, obwohl Mana-Kosten. Und von hinten überrascht. Bam. Ja, damit er, oh shit. Oh shit. Den Rest muss ich wohl doch so machen. Obwohl. Bam. Aber ich mag das. Mit Berührung ist sogar gar nicht mal so blöd. Jetzt stirbt doch. 50 Erfahrungspunkte. Yes. Das ist geil. Also, die Kombination mit dem Feuer, die kann echt einiges. Was ist mit dir los? Warum leuchtest du so? Du Reh, du. Äh, du Hirsch. Entschuldigung. Okay, wir kommen jetzt hier wieder auf den Weg. Wo ist der Weg überhaupt? Wir sind auf einem Weg. Äh. Der ist ja wohl dann hoffentlich da oben irgendwie. Gehen wir mal da hoch. Oder was? Ah. Ein junger Wolf. Ja, was machst du jetzt, wenn du brennst, hä? Ja. So, und zack. Das ist der Dinger schön hier so. Wow. Alter. Ganz ruhig. Bist schon tot. Oh, und jetzt gibt's hier hoffentlich irgendwo mal. Scheiße. Doch, das muss der Weg da oben. Da oben muss ein Weg sein. Ja, sieht gut aus. Ja, da ist ein Weg. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Oh ja, da unten sind Pilze. Nein. Natürlich nicht. Ich hab gesagt, ich werde irgendwann damit aufhören. So, wir haben also jetzt noch... Oh, das ist... Der Weg ist aber jetzt ein bisschen anders eingezeichnet. Wir haben noch einen relativ weiten Weg zu unseren Wurzeln. Was uns auf diesem Weg alles so passiert, das werden wir selbst sehr wahrscheinlich in der nächsten Folge sehen. Ich halte mich aber noch mal ganz kurz. So. Alles klar, jetzt läuft's. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.